So, hallo zusammen. Ich bin jetzt im Zen-Garten. Im Zen-Garten im Legoland. Und es ist wirklich ein schöner Zen-Garten geworden. Hinter mir das neue Spektakel Ninjago von Lego. Eine super technisch neue Erlebniswelt. Wirklich sehr, sehr interessant, was hier technisch passiert. Bei all der Technik, bei all der Begeisterung, die ich dafür habe und alle Begeisterungen, die ich für Lego habe, gefällt mir dieser Garten hier wirklich, wirklich schön. Also es ist wirklich toll geworden. Die Landschaftsgärten haben hier einen super Job geleistet. Und ich möchte hier ganz, ganz großes Dankeschön sagen. Es ist wirklich ein Ort der Ruhe, kann man jetzt leider nicht sagen, weil die Musik dröhnt von allen Seiten. Aber es ist ein Ort der Inspiration. Ich habe mich hier hingesetzt, ich habe die Kopfhörer aufgehabt, habe mir ein bisschen japanische Musik reingezogen. Und es ist wirklich, wirklich schön. Also kommt ins Legoland nach Günzburg und genießt unter anderem den Zen-Garten. Und genießt vor allem das neue Niago-Zeug. Es ist wirklich stark. Servus.